Ich glaube, das ist ein bisschen stressendes Lüge. Ja, es geht. Ich war schon mal drin. Wie gesagt, es ist jetzt nicht... Ja, das ist allerdings wahr. Pass auf, wir müssten eigentlich mal nach Ginza gehen, ganz ehrlich. Überall fette, dicke Autos und Luxus und alle sind reich. So ungefähr sieht das dann da aus. Ja, das ist das. Ja, das ist das. Ah, hier sind wir eben drin gewesen, aber ich alleine. Boah, Alter. Das war jetzt gerade mal eine gute Idee. Hier ist ein Truck. Krass. Ja. Was? Wir hätten uns doch für dieses Final Fantasy Café einschreiben sollen, weil jetzt wären es nämlich 7 Uhr gewesen und jetzt hätten wir da direkt reingehen können. Es war dumm gelaufen. Aber wir sind jetzt voll dran vorbeigelaufen. Ein bisschen auf die andere Straßenseite. Ja. 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 Ja.